Herzlich willkommen zu Planetary Business, dem Podcast für umweltbewusste Unternehmensführung. Mein Name ist Stefanie Hauer. Diese Folge widme ich einer Branche, die ein einziger Widerspruch ist. Es geht um die Textilindustrie. Sie steht für Gestaltung, Schönheit, Leichtigkeit. Mode ist dazu da, uns glücklich zu machen, uns aufzuwerten. Doch die Realität entlang der Lieferkette sieht ganz anders aus. Sie zeugt von Zerstörung, Vergiftung und menschlichem Leid und davon, dass wir seit Jahrzehnten verdrängen, was wir anrichten. Deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Modeunternehmen, das entschlossen ist, es besser zu machen. Fündig geworden bin ich in Hamburg bei der Firma Chibo. Und die Frau, die nicht nur Chibo, sondern die ganze Branche voranbringt, sitzt mir jetzt gegenüber, Nanda Bergstein, die Direktorin für Unternehmensverantwortung. Herzlich willkommen, Frau Bergstein. Klasse, dass Sie hier sind. Hallo, Frau Hauer. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Frau Bergstein, 120 Milliarden Kleidungsstücke produzieren wir weltweit in einem Jahr. Das sind doppelt so viele wie noch vor 20 Jahren. Der Konsum eskaliert. Erklären Sie uns, was ist das für eine Branche, über die wir heute reden? Also die Textil- und Modebranche ist eine weltweite Branche und es geht um Gut Aussehen, es geht um Identität und auf der anderen Seite geht es eben um das Bild dahinter. Wie werden die Textilien produziert? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Wie ist die Umweltbelastung? Und summa summarum ist die Textilbranche einfach, finde ich, auch im Vergleich zu den anderen Branchen, in denen wir bei Chibo unterwegs sind, eine Branche mit viel Schönem und aber auch viel Hässlichem, wenn man hinter die Kulissen schaut. Sie haben gerade gesagt, Chibo hat noch andere Sparten. Können Sie uns Ihre Firma kurz vorstellen? Genau, also Chibo ist ein Familienunternehmen. Uns gibt es jetzt seit über 70 Jahren und unser Kerngeschäft ist Kaffee und zusätzlich bieten wir Konsumgüter an. Bei uns gibt es Mode, Möbel, Schmuck, Haushaltsutensilien. Wir sind so wirklich im Leben der Menschen. Uns kann man online finden. Wir haben eigene Filialen. Man findet uns auch in Depots, im Supermarkt und bei Chibo kann man alles für den täglichen Gebrauch kaufen. Das ist ein weites Feld. Auch überall haben Sie einen Anspruch, was Nachhaltigkeit betrifft. Wir wollen heute über die Mode speziell sprechen. Sie, Frau Bergstein, Sie sind seit 14 Jahren bei Chibo und haben sich die Transformation zur Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. Sie sind mein erster Gast hier bei Planetary Business, der diesen schönen Titel hat, Direktorin Unternehmensverantwortung. Wofür fühlen Sie sich denn, wofür fühlt sich Chibo verantwortlich? Also wir haben als Unternehmen für uns gesagt, dass unsere Geschäftstätigkeit nicht zu Lasten von Mensch und Umwelt gehen darf. Und wenn man die Breite unseres Geschäfts ansieht, ist das natürlich ein sehr, sehr heerer Anspruch. Aber das liegt auch daran, dass wir ein Familienunternehmen sind und uns Werte sehr wichtig sind. Und wofür fühle ich mich verantwortlich? Mit dem Unternehmen gemeinsam eine Transformation zu gestalten entlang aller unserer Produkte und auch Lieferketten, um dafür zu sorgen, dass sie so ökologisch und sozial wie möglich gestaltet sind und designt sind. Also wir gehen tief in die Prozesse, in unsere Unternehmenspolitiken und Strategien rein, um das Thema richtig zu verankern. Chibo ist für mich der Erfinder des Impulskaufs. Jede Woche eine neue Welt. Wunderbar. Das ist doch genau der Gegensatz zu dem Begriff Nachhaltigkeit, oder? Ja, jede Woche eine neue Welt ist spannend, hat sich total eingebrannt bei jedem. Verwenden wir gar nicht mehr heute als Claim. Trotzdem haben wir ein Angebot, das wöchentlich wechselt. Das ist aber kein Fast Fashion, wenn ich das zum Beispiel mit dem Begriff vergleichen darf. Und das hat folgenden Grund. Wenn man ein bisschen genau auf unser Sortiment schaut, sieht man, dass wir bestimmte Produktkategorien einfach mehrfach im Jahr anbieten und das dann abwechselnd tun. Dahinter steht zum einen eine sehr kuratierte Auswahl. Also wir sind kein Vollsortiment, sondern wir bieten wirklich 30 bis 50 Produkte an in einer Wochenwelt, die sehr liebevoll ausgewählt ist, die so ökologisch wie möglich designt worden ist und eben auch so verantwortlich wie möglich produziert worden ist. Und das geht deswegen, weil wir deutlich längere Planungsvorläufe haben, wie zum Beispiel Fast Fashion Anbieter. Das heißt, wir planen unsere Produkte auch ein Jahr im Voraus. Und dadurch können wir unser Lieferkettenmanagement auch ganz anders aufbauen und viel verantwortlicher gestalten. Da sind wir schon genau beim Thema Lieferkettenmanagement. Das hat viel mit Umweltbewusstsein zu tun, aber das andere Thema, was bei Ihnen wichtig ist, ist die faire Behandlung für den Menschen, die für Sie fertigen. Gerade in Asien ist das so. Das ist Ihre Überzeugung, das kommt von Herzen. Hat das was mit Ihrem persönlichen Background zu tun? Der Name Nanda verspricht ja schon eine gewisse Mischung von Kulturen. Ja, ich persönlich komme aus unterschiedlichen Kulturen. Ich bin halb Inderin und halb Deutsche und auf der indischen Seite mit einem portugiesischen Einschlag, weil meine Familie aus Goa kommt. Also jeder, der jetzt gerade schöne Sandstrände im Kopf hat, hat damit auch recht. Als Kind habe ich zwei Jahre auch in Indien gelebt. Ich habe auch ein Jahr in Indien gearbeitet. Und da bekommt man natürlich schon mit. Was bedeutet Armut? Wie sieht Umweltverschmutzung aus? Ich glaube, da habe ich das einfach her, dass ich mich schon immer für das Thema Menschen, Entwicklungszusammenarbeit, Menschenrechte interessiert habe. Und das entstand dann tatsächlich auch am Ende organisch aus meinem Studium. Ich habe internationale Beziehungen studiert und bin da auf das Thema Frauenrechte gestoßen und habe mich dann immer stärker spezialisiert auf diese Schnittstelle zwischen Globalisierung, Wirtschaft und was macht das eigentlich mit den Menschen und insbesondere mit Frauen. Und sagen Sie uns noch, was Nanda bedeutet. Nanda kommt aus dem Sanskrit, von dem Begriff Anand und das bedeutet Einheit oder Glückseligkeit. Ich finde, das haben sich meine Eltern wirklich schön ausgedacht. Das sind ja alles keine Neuigkeiten, dass Menschen zum Beispiel in Bangladesch unter schlechten Bedingungen arbeiten müssen. 1100 Menschen sind dabei gestorben. Sie haben überlegt, diese Gewohnheiten zu brechen. Wie kam es dazu? In 2006 sind wir angeprangert worden von der Kampagne für saubere Kleidung wegen kritischer Arbeitsbedingungen in Bangladesch. Und zwar zu Recht, muss man ganz klar sagen. Und das hat dem Unternehmen damals den Spiegel vorgehalten. Und es gab damals auch einen CEO-Wechsel, der dann zusammen mit der Eigentümerfamilie auch entschieden hat, so wollen wir nicht wirtschaften. Und in 2006, 2007 wurde der Bereich Unternehmensverantwortung eingerichtet mit dem Mandat, das Unternehmen wirklich strategisch auf dem Thema zu transformieren. Ein wichtiger Meilenstein war der Bangladesch-Akkord. Können Sie sagen, was da die Rolle war von Chibo? Ja, schon. Ich würde so sagen, so seit 2010, 2011 hatten wir das Gefühl, dass man das ganze Thema Brandschutz und Gebäudesicherheit nicht wirklich über eigene Audits steuern kann. Und es braucht auch ein ganz anderes Frühwarnsystem unter Beteiligung von Beschäftigten. Und so etwas gab es damals in Bangladesch noch nicht. Also wir hatten das Gefühl, das kriegen wir alleine nicht hin. Und nicht nur wir, sondern eine andere Firma auch, Philipp Van Heusen, einer der größten Textiler weltweit. Ja, die haben zum Beispiel Calvin Klein und Tommy Hilfiger. Richtig, genau. Und wir haben dann zusammen mit der Kampagne für saubere Kleidung einen Vertrag verhandelt, um einen Sektoransatz aufzuziehen in Bangladesch, um quasi gemeinsam mit anderen Unternehmen für gemeinsame Inspektionen zu sorgen, Transparenz über die Ergebnisse herzustellen und unter Beteiligung der Gewerkschaften dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten ihre Rechte kennen zum Thema Gebäudeschutz und Brandschutz und eben auch die Möglichkeit haben, Beschwerden vorzubringen. Das war der Plan, den wir gemeinsam skizziert haben. Das war dann in 2012 und es ist aber nichts passiert. Das heißt, wir waren die einzigen beiden Unternehmen, die mitmachen wollten. Alle anderen Unternehmen waren erstmal nicht daran interessiert. Dann ist der Fabrikbrand in Pakistan passiert, Ali Enterprise. Und dann kam in 2013 eben Rana Plaza, dieses furchtbare Unglück. Wobei ich finde, man schon auch sagen kann, dass die Branche absolut darauf zugesteuert ist. Und dadurch wurde so viel Druck erzeugt, dass dann alle anderen Unternehmen mitgemacht haben. Und heute ist der Bangladesch Akkord quasi eine Initiative mit, ich glaube mittlerweile über 200 Unternehmen weltweit. Und wir haben es auch dadurch geschafft, durch diese gemeinsame Zusammenarbeit, die Branche deutlich sicherer zu machen in Bangladesch. Schon schlimm, dass wir das überhaupt erwähnen müssen, dass sich Firmen darum kümmern, dass die, die in ihrem Auftrag arbeiten, zumindest sicher sind. Sicherheit ist das eine, das andere sind die Löhne. Da haben Sie sich auch sehr engagiert. Ja, das ist richtig. Das Lohnthema ist natürlich auch schon seit vielen Dekaden bekannt. Also es ist einfach ein Fakt, dass Beschäftigte in der Textilbranche unter einem existenzsichernden Lohn verdienen. Also im Optimalfall wird der Mindestlohn eingehalten in einem Land, aber der Mindestlohn liegt in der Regel deutlich unter dem existenzsichernden Lohn. Und die Frage ist immer, wie kriegt man das Thema jetzt gelöst? Weil sehr häufig kriegt man die Frage, warum zahlt ihr nicht einfach ein paar Cent mehr und dann steigen doch die Löhne. Das ist doch überhaupt kein Problem. Die Realität ist, wenn es so einfach wäre, hätten nicht nur wir, sondern andere das auch gemacht. Und es gibt ein paar Gründe, warum das schwierig umzusetzen ist. Einer der Gründe ist, dass man nie der einzige Einkäufer ist in einer Fabrik. Sollte man auch nicht sein, weil das für eine Fabrik auch nicht gesund ist, wenn sie von einem Abnehmer abhängig ist. Dann gibt es in dem Land selbst sehr viel Druck von anderen Fabriken, dass die Löhne nicht zu sehr steigen, weil sie dann nämlich Schwierigkeiten mit ihren eigenen Beschäftigten haben. Und dann gibt es natürlich auch Wettbewerb zwischen den Ländern. Und auch Wettbewerb am Ende des Tages in den Vertriebsmärkten. Das heißt, Konsumenten sind auch ein bestimmtes Preisniveau gewöhnt. Das heißt, man kann nicht einfach unilateral die Preise so einfach erhöhen. Die Preisbereitschaft und der Wettbewerbsdruck sind so hoch und beides bedingt sich ja auch, dass man es nur schaffen wird, existenzliche Löhne wirklich flächendeckend zu erzielen, wenn tatsächlich alle Unternehmen da entsprechend an ihren Einkaufspreisen schrauben und es ein gutes System gibt, um auch die Durchsetzung sicherzustellen. Und das ist letztlich ein System, das wir auch gebaut haben, zusammen mit anderen. Das nennt sich Act on Living Wages. Wer ist da dabei? Geben Sie uns mal einen Hintergrund, welche Firmen schon früh das so gesehen haben wie Sie? Also welchen Firmen anders ausgedrückt wir vertrauen können? Also wir haben Act on Living Wages gegründet, gemeinsam mit Unternehmen wie H&M, C&A, Primark, Next, Inditex. Das sind alles große Textilunternehmen, sehr bekannte Unternehmen. Ja, kurze Erläuterung, Inditex ist Zara und Massimo Dutti. Richtig, genau. Und unsere gemeinsame Analyse hat einfach gezeigt, wir müssen auch wieder ein System bauen, ähnlich wie den Bangladesch-Akkord. Ich nenne es mal immer ein Locked-In-System, wo wir uns zu gewissen Dingen committen, wo es auch wieder diesen Watchdog gibt, in dem Fall die globale Dachgewerkschaft Industrial, die uns auch hilft, gemeinsam dieses System tragfähig zu machen. Die Ziele von Act sind, Tarifverhandlungen durchzusetzen in allen Ländern, wo Textilien produziert werden. Und uns geht es darum, dass die Gewerkschaften in eine Lage versetzt werden, dass sie wirklich selbstbewusst höhere Löhne verhandeln können. Das geht natürlich nur, wenn sie wissen, dass sie Unternehmen im Rücken haben, die also bereit sein werden, höhere Einkaufspreise auch zu absorbieren. Und Unternehmen, die auch committed sind, ein Land nicht zu verlassen, wenn die Preise steigen. Und das sind Commitments, die wir gemeinsam abgegeben haben und verhandeln jetzt in verschiedenen Ländern, um das durchgesetzt zu bekommen. Also ein jahrelanger Prozess. Das ist ein wirklich jahrelanger Prozess. Und was ich mich frage, wenn Sie da so Vereinbarungen unterschreiben, das ist ja das eine, aber die Menschen haben ja andere Gewohnheiten, die Menschen in den Fabriken. Die haben auch soziale Beziehungen, die Führung und die einfachen Angestellten, wie die miteinander umgehen. Wie können Sie da was bewirken, dass da auch ein Umdenken stattfindet, ein neues Miteinander? Das ist tatsächlich das Erste, was wir gemacht haben bei Chivo. Wir haben ganz am Anfang angesetzt an den sozialen Beziehungen in den Fabriken. Das heißt, wir haben ein Programm gegründet, das nennt sich das WE-Programm. Und da geht es darum, die Beschäftigten und das Management in Textilfabriken, aber auch in allen anderen Fabriken, die für Chivo fertigen, einen sogenannten sozialen Dialog zu etablieren und beide Parteien in die Lage zu versetzen, miteinander zu sprechen, Transparenz über die Probleme herzustellen und gemeinsam Aktionspläne für Veränderungen aufzusetzen. Und das klingt jetzt ganz trivial aus unserer vielleicht manchmal westlichen Perspektive, aber es geht wirklich darum, dass zum Beispiel Beschäftigte darüber sprechen, dass sie sexuell belästigt werden oder diskriminiert werden oder dass sie nur noch fünf Stunden irgendwie schlafen können. Und das wird tatsächlich auch gegenüber dem Management auch so transparent dargestellt durch den Prozess, den wir gebaut haben. Und das wiederum schafft dann auf der anderen Seite erst mal Verständnis, aber auch Betroffenheit und dadurch auch die Motivation, etwas zu verändern. Reden wir jetzt hier über Maßnahmen, die Projektcharakter haben, erste Experimente oder ist das schon so weit, dass das bald ein Standard werden könnte? Für uns ist das eigentlich ein Standard. Also wir haben das Programm in 2008 aufgebaut, auch damals noch als Entwicklungspartnerschaft mit der GIZ, kofinanziert auch durch das Entwicklungsministerium. Und wir führen dieses Programm mittlerweile in acht Ländern durch, haben über 400 Fabriken damit schon qualifiziert. Und das ist auch ein Prozess. Das heißt, wir arbeiten mit jeder Fabrik mindestens zwei Jahre in diesem WEE-Programm. Und also so nach meinem Dafürhalten ist das immer noch State of the Art, weil es führt zu echtem Change, zu echter Transformation in Fabriken. Und die hält eben auch dann an, wenn wir vielleicht auch nicht mehr dort einkaufen. Welche Strahlkraft hat das? Sind Sie inzwischen Vorbild für andere Firmen? Ja, doch. Also das, was wir als Feedback bekommen, ist schon großes Interesse. Auch immer wieder erstaunt, dass wir so etwas machen, aber auch manchmal leichtes Unverständnis, dass wir uns auf so einen schwierigen Prozess einlassen. Weil der Unterschied zwischen dem WEE-Programm und einem Audit ist, ein Audit kann mir sehr leicht sagen, dass alles in Ordnung ist. Sprich, ich kriege meinen Haken. Aber in dem WEE-Programm sehe ich alle schlimmen Dinge, die passieren. Und das muss man wissen wollen. Aber unsere Haltung ist, wir wollen es wissen, weil dann können wir auch dabei unterstützen, etwas zu verändern. Und wie weit ist die gesamte Branche jetzt noch davon entfernt, das so zu machen als Selbstverständlichkeit? Es gibt einige Unternehmen, die auch mit solchen partizipativen Ansätzen experimentieren, auch schon ein bisschen skalieren. Aber in Summe würde ich sagen, dass die Branche noch sehr weit davon entfernt ist. Wir haben aber vor das WEE-Programm auch noch auf stärkere eigene Beine zu stellen, damit andere das auch nachfragen können. Dann hatten wir im letzten Jahr eine Zangengeburt. Nämlich das war das deutsche Lieferkettengesetz. Zangengeburt ist ein schöner Begriff. Zum 1. Januar wird das Lieferkettengesetz in Kraft treten. Da haben Sie auch irgendwas mit zu tun, Frau Bergstein. Wie kam das damals? Ja, wir haben uns sehr stark für das Lieferkettengesetz eingesetzt, weil unsere Erfahrung gezeigt hat, dass mehr Unternehmen die richtigen Methoden und Instrumente anwenden müssen. Und wir gesehen haben, das passiert nicht freiwillig. Also es geht uns darum, einen einheitlichen Rahmen für alle Branchen zu schaffen, damit sich der Standard grundsätzlich erhöhen kann. Und deswegen haben wir uns sehr stark dafür eingesetzt. So, und jetzt ist das da, dieses Gesetz? Was passiert jetzt? Also sehen Sie schon irgendwelche Reaktionen bei Ihren Konkurrenten? Ich glaube, alle beschäftigen sich jetzt mit der Frage, wie man es umgesetzt kriegt. Das heißt, es gibt eine starke Beschäftigung mit eigenen Prozessen, wie man das Management-System dafür aufsetzt. Die Krux wird sein, gibt es ein Management-System und erfüllt man die Formalien oder führt das am Ende des Tages wirklich zur Wirkung vor Ort on the ground? Und das wird immer noch eine unternehmerische Entscheidung sein, ob das passiert. Gut, das Lieferkettengesetz konzentriert sich am Wesentlichen auf die Menschenrechte, also gar nicht so sehr Umweltschutz. Aber lassen Sie uns da jetzt mal rübergehen. Wo sehen Sie die Verbindung zwischen Menschenrechten hier und Umweltschutz dort? Ist das eine zweite Disziplin oder gibt es eine Verbindung? Ich finde, das ist eine wirklich tolle Frage, weil Menschenrechte und Umweltschutz bislang immer sehr getrennt voneinander gedacht worden sind. Und die Instrumente zur Veränderung sind sehr unterschiedlich. Also im Umweltschutz arbeitet man gern mit KPIs und sehr linearen Audit-Ansätzen und im Menschenrechtsbereich dann eher mit komplexeren Programmen, zum Beispiel wie das WIP-Programm, also im Optimalfall. Und tatsächlich, glaube ich, muss man beides verbinden. Ich glaube, wir müssen lernen, das Umweltschutzthema als ein Ökosystemthema zu verstehen, also als ein Systemthema und die Menschen auch mit reinzudenken und dann entsprechende Veränderungsprogramme aufzubauen, die beides gleichzeitig berücksichtigen. Und das ist gar nicht so einfach, weil es unterschiedliche Expertise braucht, die man zusammenbringen muss. Und das merke ich in meinem eigenen Bereich, wie herausfordernd das ist. Wenn wir uns jetzt nochmal in die Situation der Menschen in Bangladesch versetzen. Sie haben beschrieben, wie da die Löhne zum Beispiel sind, die Arbeitsbedingungen. Und gleichzeitig ist das ja eines der Länder, die am meisten jetzt schon betroffen sind vom Klimawandel mit schweren Überschwemmungen. Also da kommt beides zusammen auf ganz dramatische Art und Weise. Das ist absolut richtig. Und das Tragische ist eigentlich, dass die Leute in Bangladesch vor Ort gar nicht so viel beeinflussen können, was den Klimawandel betrifft, sondern das wird durch andere Länder, durch andere Branchen im Prinzip dann auch sehr stark getrieben. Aber letztlich werden wir überall sehen, wie Probleme im Klima, aber auch bei der Biodiversität zusammenkommen mit dem Entzug der Existenzgrundlage. Das kommt jetzt immer stärker zusammen. Und der soziale Konflikt wird sich dadurch auch aus meiner Perspektive erhöhen. Ganz klar. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen durchgehen, was wir über die verschiedenen Materialien wissen sollten, aus denen Textilien gefertigt werden. Und dass wir zum einen verstehen, was wird da für Schaden angerichtet, üblicherweise. Und mit welchen Lösungen kommen Sie? Fangen wir an mit der Baumwolle. Baumwolle, das klingt für mich immer so natürlich. Das ist pflanzlich. Das fühlt sich auch so echt an. Wie ist es tatsächlich? Also ich habe das genauso gedacht wie Sie übrigens. Ich kann den Gedanken gut nachvollziehen. Die Realität ist tatsächlich so, dass der größte Teil des Baumwollanbaus konventionell ist. Und damit geht ein sehr hoher Einsatz von Pestiziden und Insektiziden. Sehr giftige Chemikalien auch. Es muss man sich mal vorstellen, 25 Prozent der Pestizide auf der Welt brauchen wir alleine für den Baumwollanbau. Richtig. Und auch der giftigsten Pestizide noch dazu. Also auf ein konventionelles Baumwollfeld kann man eigentlich nicht ohne Atemschutz gehen. Also würde ich zumindest nicht machen. Wasser ist bei Baumwoll auch ein riesiges Thema. Im Umkreis des Aralsees wurde über Jahrzehnte Baumwolle eben so angebaut, dass der See kaum mehr Wasser trägt. Und das war früher eine grüne Oase. Hat auch sehr viel wirtschaftliche Vorteile für die Menschen gebracht. Wir haben da im Grunde nur noch eine Wüste, wo früher alles blühte. Und das ist wegen des Baumwollanbaus. So, was können wir jetzt tun und was hat Chibo schon getan? Also was man tun kann, ist nachhaltige Baumwolle nachfragen. Also insbesondere Bio-Baumwolle nachfragen. Und dabei aber auch dafür zu sorgen, dass der Business Case für die Farmer so gestaltet ist, dass sie es sich auch leisten können, in den Bio-Anbau einzusteigen. Weil es so eine Übergangszeit gibt. Und wir als Chibo setzen auf 100% nachhaltige Baumwolle. Wir sind jetzt bei 98% vorwiegend Bio-Baumwolle. Und wir haben auch Projekte aufgebaut, wo wir KleinfarmerInnen dabei unterstützen, diesen Übergang zu schaffen in den Bio-Baumwollanbau. Und wo wir auch höhere Prämien bezahlen, damit sie sich das auch leisten können. Wie kann die Branche komplett auf Bio-Anbau umsteigen oder nachhaltigen Anbau? Der Anteil von nachhaltiger Baumwolle liegt immer noch bei unter 10% vom Gesamtbaumwollanbau. Das heißt, die Nachfrage seitens der Konsumenten ist wahnsinnig wichtig. Und letztlich, wenn man sich die ökologische Katastrophe dahinter anschaut, befürchte ich auch Regulierung. Das war der Anbau. Jetzt gibt es die Weiterverarbeitung, zum Beispiel das Färben. Da habe ich gelernt, 20% der Wasserverschmutzung auf der Welt kommt alleine vom Färben der Textilien. Wie vermeiden Sie das? Wir haben das Greenpeace Detox Commitment unterzeichnet, um damit bis 2020 wirklich die gefährlichsten Chemikalien aus unseren Lieferketten zu entfernen. Das haben wir ganz gut umgesetzt. Also ist es technisch möglich, auf diese Chemikalien zu verzichten. Es ist technisch möglich. Warum wurde es dann nicht immer schon gemacht? Weil das schon auch sehr kompliziert ist. Das Hauptproblem ist, wenn man ein Teil einer kleineren Gruppe ist, die sich darum kümmert. Wenn alle das machen, ist das relativ unkompliziert. Dann ist genügend Druck da. Kommt immer wieder darauf zurück. Wir brauchen die Gesamtheit, die daran arbeitet. 70% der Fasern, die wir in Textilien haben, sind synthetisch. Die sind ja ganz, ganz schlimm einmal für das Klima. Das sind Riesenmengen an Treibhausgasen, die da freigesetzt werden. Und 35% des Mikroplastiks auf der Welt kommt nur durch das Waschen von den Textilien. Also wir sind jetzt gar nicht mehr nur bei dem Entstehungsprozess, sondern auch bei der Nutzung, die noch auf Dauer dafür sorgt, dass wir uns selbst vergiften. Das ist doch ein Wahnsinn, oder? Ich meine, was denken Sie, wenn Sie sowas erleben? Wir haben ja jetzt auch viele Beiträge gesehen aus der Atacama-Wüste, wenn man diese ganzen Müllberge sieht an Fast-Fashion-Klamotten. Eigentlich ist es eine Schweinerei, wenn man ganz ehrlich ist. Verzeihen Sie, wenn ich dieses Wort verwende. Ja, das passt sehr gut. Bei Chibo ist das so, wir setzen auch synthetische Fasern ein. Es ist ein Drittel unseres Textilsortiments, also nicht die 70%, von denen Sie gerade gesprochen haben. Das liegt auch daran, dass wir uns wirklich genau überlegen, wo setzen wir Synthetikfasern ein. Wir haben da eine sehr klare Strategie. Das eine ist, dass wir recycelte Fasern einsetzen. Wir liegen jetzt heute schon bei einem Anteil von 36% an recycelten Fasern in unseren Synthetikfasern. Das werden wir bis 2025 auf 100% hochziehen, was tatsächlich auch eine Herausforderung ist wegen der Verfügbarkeit. Und das Zweite ist, dass wir Mitglied des Microfiber-Konsortiums sind, wo auch daran geforscht wird, wie kann das ganze Thema Mikroplastik auch reduziert werden. Das klingt nach frühen Anfängen von diesem Prozess. Wir sind also da noch weit davon entfernt, eine Lösung zu haben, richtig? Also für das Mikroplastik-Thema sind wir aus meiner Perspektive noch weit davon entfernt. Einsatz von Recyclingfasern fairerweise auch, global betrachtet ja. Also wir werden unsere KPIs schaffen bis 2025, aber Chibo ist da ein kleiner Spieler im großen Kosmos. Sie haben gesagt, Atacama-Wüste, da stapelt sich das. In Bulgarien, da werden die Textilien, die wir nicht mehr brauchen, zum Teil noch nicht einmal getragen haben, verbrannt, damit die armen Menschen dort überhaupt ein bisschen heizen können. Und dann kommen diese krebserregenden Dämpfe in die Luft. Recycling, ist das so ein Prozent oder so? Ein Prozent kann bisher recycelt werden und das sind dann ein paar Putzlappen. Was ist da Ihre Vision? Ich glaube, was wir mittelfristig oder eigentlich so schnell wie möglich brauchen, sind echte Kreisläufe, die auch wirklich langfristig funktionieren. Und das bedeutet aber auch, dass wir dringend neue Lösungen, und das geht glaube ich nur durch Forschung und Entwicklung, brauchen, was das tatsächliche Recycling betrifft. Also manuelles Recycling und maschinelles Recycling führt eigentlich dazu, dass die Fasern immer kürzer werden und damit die Qualität immer schlechter wird und damit letztlich aus einem Kleid ein Putzlappen wird. Wir brauchen also eine Form von chemischem Recycling, das dazu führt, dass wir wirklich von Faser zu Faser recyceln können. Und da ist die Forschung und die Entwicklung noch nicht so weit. Das heißt, bis die Lösungen da sind, machen wir munter so weiter in der Welt? Ich hoffe nicht. Also ich finde, jeder Verbraucher muss schon einfach anfangen, wirklich möglichst hochwertige Bekleidungen zu kaufen, die auch möglichst lange zu verwenden. Je schlechter die Kleidung, desto weniger gut kann sie quasi aussortiert und neu verwendet werden. Desto schlechter wird der Business Case für die Recycler. Und desto weniger sind die Anreize, über eine lange Sicht wirklich ein gutes Recycling zu betreiben. Also die Situation wird mit Sicherheit immer dramatischer werden, wenn wir da nicht wirklich guten technologischen Fortschritt hinbekommen und wenn das Design von Produkten nicht auf eine höhere Qualität geht. Der große Game Changer wird sein, wenn man dann tatsächlich zum Beispiel aus Mischfasern neue Fasern machen kann, die qualitativ hochwertig sind. Das ist das, wo es am meisten Forschung und Entwicklung braucht. Wir haben jetzt über die Fasern gesprochen. Es fehlt noch dieses schöne, flauschige, kuschelige Mohair, Angora, Kaschmir oder Daunen. Was müssen wir dazu wissen? Was ist Ihre Haltung? Also unsere Haltung als Unternehmen ist, dass wir tierische Materialien nur einsetzen, wenn wir sicher gehen können, dass bestimmte ethische Standards eingehalten werden. Dafür haben wir eine sogenannte Tierschutzpolicy in 2020 aufgelegt und aber schon seit vielen Jahren bestimmte Dinge komplett ausgeschlossen. Zum Beispiel? Daunen aus dem Drupf oder Angora. Was ist mit Angora nicht in Ordnung? Erklären Sie mal das. Schauen Sie sich mal Fotos von Angora-Hasen an. Die werden in die Richtung gezüchtet, dass sie ganz, ganz viel flauschiges Haar haben, unter wirklich schlimmen Bedingungen geschoren und gerupft. Das ist furchtbar mit anzusehen. Und weil es kaum möglich ist, dass die Tierhaare quasi ethisch gewonnen werden, haben wir das für uns einfach ausgeschlossen, dass wir das nicht im Sortiment haben wollen. Es ist nicht möglich, das auf eine Weise zu machen, dass Sie als Händler sagen, damit kommen wir klar. So schlimm ist die Lage. Also für diese Fasern, ja. Und was ist mit Kaschmir? Sie machen recyceltes Kaschmir, richtig? Ja, also wir machen recyceltes Kaschmir. Der Pulli, den ich trage, ist aus recyceltem Kaschmir. Da dürfen Sie nachher gerne mal Probe füllen. Ja, unbedingt. Bleiben wir nochmal bei der Idee der Kreislaufwirtschaft. Was entwickelt sich da im Sinne von Geschäftsmodellen? Sie hatten zum Beispiel Chiboshare gestartet. Worum ging es da? Bei Chiboshare ging es darum, Textilien zu vermieten an Kundinnen. Also insbesondere im Baby- und Kinderbereich, aber dann später auch im Damen-Oberbekleidungsbereich. Wir haben das in 2018 gelauncht und dann allerdings Ende 2020 leider wieder eingestellt, weil wir gemerkt haben, dass dieses Mieten psychologisch nicht so passte. Also Secondhand-Bekleidung kaufen oder verkaufen ist näher am Kunden dran, als ein Textil zu mieten. Aber an Secondhand glauben Sie? Ich glaube, dass der Anteil an Secondhand massiv wachsen wird. Und das hat etwas mit den Rohstoffkosten zu tun. Bekleidung wird teurer werden aufgrund gestiegene Material- und Energiekosten. Wir sehen bei den Online-Versendern durchaus, dass sie sich über Secondhand-Gedanken machen, da auch schon jetzt kleine Modelle anbieten. Aus unserer Erfahrung heraus muss man aber schon sagen, dass das nicht trivial ist, weil ein Secondhand-Produkt muss auf Qualität geprüft werden, gewaschen werden, neu versandt werden. Also da sind massive Kosten dahinter. Und das muss sich erst noch rechnen. Also es wird ganz spannend sein, ob sich große Versender, ob sie das skalierfähig machen. Wobei die Großen haben ja schon öfter mal Dinge gemacht, die definitiv nicht wirtschaftlich sind. Aber der Kapitalmarkt macht es möglich. Und Hauptsache, man hat eben die Kundenkontakte. Ja, und das wird mit Sicherheit im Bereich Secondhand auch ein Treiber sein. Also Kundenkontakte auf jeden Fall. Und auch dafür zu sorgen, dass die Kundenbasis wächst. Was das System doch braucht, ist, dass wir weniger einzelne Teile haben, aber höherwertige. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel Benetton und Esprit daran arbeiten, dass sie tatsächlich ihre Kollektionen verkleinern. Ja, richtig. Und das ist ehrlich gesagt auch unser Ansatz. Also wir haben ja auch eher einen kuratierten Ansatz und versuchen da eher auf Qualität und Nachhaltigkeit und auch letztlich auf ein klassischeres Design zu setzen, damit man eben diese Produkte auch noch lange nachfragt. Was hören Sie denn von Ihren Kunden? Honorieren die das? Also sie honorieren sehr, dass wir kein Plastik mehr in unseren Verpackungen haben. Also die ganzen Plastikverpackungen konnten wir eliminieren. Und wir kriegen auch immer mehr Feedback, dass das Sortiment nachhaltiger ist und auch ansprechender aussieht. Übersetzt sich das automatisch in eine höhere Kaufbereitschaft? Das ist ja die eigentliche Frage. Ja, sie müssen auch Geld verdienen. Richtig. Das ist wirklich schwer zu sagen. Wir haben uns einfach für den Weg entschieden, dass wir unseren Kunden da ab einem bestimmten Punkt eigentlich keine Wahl mehr lassen, weil wir einfach alles umstellen. Und ich persönlich glaube, dass es die richtigere Haltung ist. Weil was wir schon auch wissen ist, dass, nehmen wir an, wir haben zwei hochwertige weiße T-Shirts. Das eine ist konventionell, das andere ist aus Bio-Baumwolle. Das konventionelle T-Shirt kostet 10 Euro, das aus Bio-Baumwolle kostet 15 Euro, dann wird die Tendenz zu dem 10-Euro-T-Shirt gehen. Immer noch. Ja, wenn aber der Preisunterschied ganz gering ist oder gleich, dann greifen die Kunden zum nachhaltigen T-Shirt. Wir haben es noch nicht aufgelöst, das Psychologische. Wir wissen das alles, was da in der Atakama-Wüste ist und Aralsee, das haben wir alles gehört. Und trotzdem Augen zu und durch und wir kaufen uns noch einen Teil bei Zara. Wie erklären Sie sich das? Wenn ich mir vorstelle, wie ich in der Zukunft bin, dann hat sich quasi der Teil der persönlichen Identifizierung im Gehirn abgeschaltet. Das ist wie so ein anderer Mensch, über den man plötzlich nachdenkt. Und so geht die emotionale Verbindung weg. Aber auf jeden Fall tun wir uns sehr schwer, uns vorzustellen, was unsere Handlungen heute für die Zukunft bedeuten. Abraham Lincoln, der glaube ich auch was mit Baumwolle im weitesten zu tun hat. Kann man so sagen, ja. Der hat mal gesagt, Discipline is choosing between what you want now and what you want most. Und das haben Sie ja jedem Einzelnen und auch in den Firmen, dieser permanente Abstimmung zwischen dem kurzfristigen und dem langfristigen. Und das kurzfristige setzt sich dann eben doch durch, obwohl es irrational ist. Ja, es ist das Stammhirn. Ich will jetzt meine Belohnung haben versus ich muss meinen Neokortex bemühen, wo ich rational nachdenke und sage, okay, nein, ich will nicht meine kurzfristige Belohnung, sondern ich mache jetzt lieber was, was meinen Kindern zugutekommt. Liegt aber auch am Angebot, finde ich. Es gibt noch nicht genügend nachhaltige Textilien. Es ist ja an sich schon schwer, etwas zu finden. Wenn Sie eine schwarze Hose brauchen, die genau passt, das ist an sich schon eine Challenge. Und die dann auch noch in nachhaltig. Ja, absolut. Und ich finde auch, also ich meine, ich bin ja auch Kundin und ich mag es ja auch gern gut angezogen zu sein. Ich finde auch, dass es schwierig ist, nachhaltige Mode zu finden, die auch schön designt ist. Das ist ja auch ein bisschen mit dem Grund. Wir haben gerade eine, also ein neues Label gelauncht, das nennt sich NaStudio. Na-Studio schreibt sich das. Und das haben wir aufgebaut, also zum einen, um dieses Angebot zu schaffen, weil es aus unserer Perspektive eigentlich fehlt, diese Verbindung aus Nachhaltigkeit und Design und Qualität. Aber auch, um für uns als Unternehmen wie so ein Innovationslab zu haben, wo wir die neuesten Standards ausprobieren können im Kleinen, um sie dann immer wieder in unser Geschäft zu skalieren. Also schick und gleichzeitig nachhaltig, das ist der Clou hier. Ja, haben Sie schon auf den Punkt gebracht. Das sind ganz tolle Bemühungen. Ich frage mich natürlich, warum ist das nicht selbstverständlich, aber gut. Aber es ist immer noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und wir haben ja in Zukunft noch mehr Konsum, das ist absehbar. Ja. Noch mehr Menschen, die das auch haben wollen, was andere haben. Auch noch mehr Konzerne, zum Beispiel aus Asien, die waren früher nicht relevant für uns hier. Inzwischen drücken die rein, gerade bei den Jugendlichen über TikTok und so. Sie haben natürlich recht, wenn man das global betrachtet und auch neue Marktteilnehmer, die reinkommen, betrachtet, gibt das durchaus auch Anlass zur Sorge. Was mir wirklich fehlt, und das ist vielleicht nochmal ein Punkt, mir fehlt eine tiefe Auseinandersetzung darüber, welche Maßnahme, welche Faser echten Impact hat. Und diese Diskussion fehlt mir. Und die wollen wenige führen, weil es das Thema dann so komplex macht. Und ich glaube, bei Chibu führen wir diese Diskussion. Und wir haben eben diesen Antrieb, auch von der Eigentümerfamilie kommt, dass wir gerne investieren wollen, aber es soll dann halt wirklich was bringen. Dann fassen wir das mal zusammen, Frau Bergstein. Es ist an vielen Stellen ja noch so unglaublich viel zu tun. Das stelle ich mir auch frustrierend vor. Sind Sie optimistisch? Oder ist es doch ein wahnsinnig dickes Brett, was Sie da bohren? Also ich habe in den letzten 14 Jahren sehr, sehr viele Game Changer gesehen. Und ich habe sehr viele Durchbrüche im positiven Sinne gesehen. Sowohl für Chibu und ich bin sehr, sehr stolz, wie weit wir schon gekommen sind. Und ich sehe aber auch diese Tendenzen so global betrachtet. Ich habe dabei immer wieder gesehen, dass man echt was bewegen kann. Also ich bin immer noch optimistisch. Sehr schön. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich habe auch sehr viel über Chibu gelernt, was ich so nicht gedacht hätte. Ich bin auch ein bisschen stolz, dass wir ein Familienunternehmen haben, das den anderen zeigt, wo es lang geht. Weil dann viel Glück, Glück wie in Ihrem Namen. Danke. Und machen Sie weiter so. Vielen Dank. Danke auch für die tollen Fragen. Ich finde es einfach immer toll, wenn man die Gelegenheit hat, mal gemeinsam nachzudenken, wo man steht. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörern, empfehle ich die kommende Folge, in der Sie lernen, wie wir die weltweite Energiewende schaffen können. Dann sprechen wir über ein Unternehmen, das wie kein anderes ein Spiegelbild der Transformation zu erneuerbaren Energien ist. Freuen Sie sich auf meinen Gast, Tim Holt. Er ist Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektor von Siemens Energy. Planetary Business, der Podcast für umweltbewusste Unternehmensführung, wird produziert und moderiert von Stephanie Hauer. Wir sind unabhängig von Sponsoren und Werbekunden und für Sie auf Dauer kostenlos, versprochen. Besuchen Sie uns auf unserer Website unter planetary-business.org. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter mail at planetary-business.org.